bei mir wird so ein bisschen noch nicht angezeigt aber ich weiß es dauert ein bisschen jetzt automatisch im check am kostet in max ja vielleicht mal spiel wieder lauter diese spiele hält zähnen die extrem verstörend sein können ich tue mal auf option schauen wir uns das gibt es mache ich immer deutsch untertitel aktiviert stress gehirn einblenden ausblenden einblenden rote wolke einblenden steuerung brauchen wir nicht video allgemeine lautstärke das ist nicht wie laut das ist er ist sich das mit der abspann warum das ist nichts für mich geduld hier nichts ich höre nichts vom spiel hat man mal oh es ist ein lot Der ist zu laut. 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 komisch naja wenn der kinder im spiel sind da du weißt was ich noch nicht mag also das spiel ich mag das gar nicht mit der schuss steht brutale ja dann gehe ich halt nicht ins dunkel ich aber so gerne oder rund oder weiter ja 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 na aber ich kann eine suchen und dann wenn ich dann nehme ich was der kapitel wieder noch so geht nicht na ich brauche die keller schlüssel da muss ich den dann nehmen aber da unten geht es auch runter kann man rennen doch das ist sicher sicher nicht einmal was da ist ein schloss geht er nicht gut da mein gehirn jetzt sehe ich jetzt sterben kann ich da halt nicht da war glaube ich mit dem gut dann müssen wir das stehen schlüsseln da und dann dann ja dann Was steht da? Nein, ich will den Schlüssel nehmen. Na, geht eh nicht. Auch wenn ich näher hingehe. Das ist der falsche. Wahrscheinlich im dunklen Rennen, da tue ich zuerst mal. Weiter. Halten, versuch. Verlassen. Halten, verlassen. Ja, lassen wir es einmal so, wenn man nicht ganz... Ach, gut geht's auch. Kann ich jetzt vielleicht? Hm. Wahrscheinlich da oder vielleicht? Nein. Aber da unten vielleicht dann, wo ich jetzt hingehe. Ah, warte mal. L und R rein. Trophäe. Hm. Das ist so. Ja, ich muss die Steuerung ein bisschen. Das ist so. Ah, das ist doch nichts. Das ist so. Das ist so. Das erfahre ich euch schon. Dann gehen wir jetzt einmal runter in den Kellner. Du brauchst den Garage einen Schlüssel. Das ist... Nein, jetzt ist der Schlüssel weg, ja. Einmal... Da habe ich eben überall benutzt. Warte. Da kann man nur auf die Seite... Da kann man die Klippe nicht rausnehmen, oder nicht? Kann man da reinnehmen? Nein. Na, warst du zuerst? Jetzt wird's geil. Habe ich aber nicht mitgenommen, oder? Seh dich gut um. Ah, da war ich gar nicht schon. Ja. Halten und verwenden. Wie kann ich das jetzt in den Winter geben? Ja. Habe ich hier gehört. No. Oh, woher kann man... Ich fahr weg. Ich glaub, ich vergiss immer das mal. Ja. Das drücken muss. Da gibt's nichts. Was ist... Was ist... Was ist wenn ich länger da stehen bleib? Bin ich tot, oder? Weil jetzt wackelt das dunken. Weil jetzt wackelt das dunken. Was ist das? Na... Ich wollte das nicht verwenden. Was ist das? Eine Kerze. Die will ich aber jetzt in so einem Tag geben. Das heißt... Und das... Oh. Was ist das? Ich muss ein Platz auch machen. Jetzt habe ich alles, so wie ich's möchte. Da hat's wirklich Licht. Sehr schön. Und dann... 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 Weil jetzt... Weil... war wahrscheinlich nur für amerika hey schau wo ich bin geht es jetzt noch weiter ich weiß gar nicht na da ist eine uhr da geht es immer weiter ich komme ich auch nicht dran woher ist was wir ja ja aber nicht rot was war das jetzt oder was ich höre ich hätte kopfhörer sind scheiße oder ich höre immer schritte hinter mir das nennt man 3d audio oder jetzt gehen wir mal wieder zurück es verändert sich das haus immer vielleicht geht da kann ich die kerze hinstellen kregen singen was ich glaube nicht dass der kerzen hinstellen muss aber durch mal durch die kehrt ding aus so wie gerade gab es dass die kerzen dahin stellen muss schauen wir mal das was immer hallo zieht und sonne und 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 Oh mein Gott! Ah! er kann ich noch was drin sind da wo ich schon anschaut das hei also naja vorbereiten ist wenn ich immer weiter kommt es ändert sich immer wieder wenn ich hin und her geschütze ich immer der vorhin war ja auch zu oder laufen was aber guck schau zuerst auf hierbei kreuzig kriegt dann hat doch nicht was mit einem fahrzeug ist gestanden aber ich muss damit finden da kommt es nicht kannst du zum was ist das da was der bot hat geschrieben hat na der bot hat irgendwas geschehen hm 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 m man lichter machen ist das toll da kann man die kerze hinstellen weil da geht ganz langsam auf ja kommt kinder ziehen muss eine puppe mich liebe puppen mach ich heute nur für euch dass ich habe später schlafen gesetzt das ist mir wurscht wirklich dass das stört mich nicht da wenn du nie probleme kommt weiter was ist das herz auf die geräusche hörte die auch so gut man nicht wenn ich rede ich weiß was wir können doch also neo hier war so jetzt haben wir das kinder zimmer entdeckt weiter verstand das heißt na oder ich check es so schlimmer wird sitzt was liegt denn damponschuhe oder die reihe offen oder aufmachen kann man das auch mit dem den fragen die kann man wirklich aufmacht warum die spiegel kennt ihr den horror für menschen auf wird gespeichert das ist kurz wo die wäsche durch ich genommen in den raum zurück ja das zu gesperrt aber ja da war sie da bin ich da kann man durchgehen hätte ist die türen offen da wollen doch ein fernseher in der los wir sind hübsch 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 na das muss auftritt aber mehr licht das ist aber ein aber sie ist das wenn kontroller spinnt das ist das spiel oder tetrazi erfahren wir selber das für ein scheiß ja wirklich hätte das umschauen wirst er hat sich jetzt auf einmal automatisch darüber dreht ja und so dass er nix da blinkt zogen der singen was ja dass mich umschauen ich schaue noch ein bisschen und da kürzen ja es ist doch immer der lange da jetzt gehen wir mal nach oben ja aber ich gehe mal nach oben ja was den schlüssel nehmen dann ist der kapitel wieder weiter oder nah ich schaue nicht hin wieder wieder was du jetzt verstehst das ist so geil mit wem bist du mit wem bist in der party max these jackson ja aber ich will mich trotzdem umschauen war damals schon gleich da griff ist aus der reichweite kann ich da was her schieben die kiste und den keller ist sehr viel versteckt ich weiß so sachen was man brauchen könnte weißt jetzt rätst du ja wohl stimmt hallo aber ich habe jetzt feuerzeug habe ich gefunden das wollte ich gerade probieren was hat er jetzt da jetzt habe ich und jetzt will ich ich will es wechseln geht denn das das ist ja na 3 aber benutzen vielleicht nur bei kerzen das heißt das stört mich aber trotzdem geht das jetzt noch mal oh gott egal oh alter shit jo scheiß community die tür geht auf keine ahnung und es ist hell ist es schön ein lager ein lager ja ich habe genug plätze noch ok ok ja ich bin ich bin nicht ich bin nicht ich bin ich bin alles ich bin ich bin na da geht es weiter besser so ich höre immer immer sei dass es schlimm gibt es ja nichts zu anfassen aber da war kathos oder weihnachtsmann jetzt verstehe ich die welt nicht mehr ich glaube ich muss hier auf ich bin ich wieder im haus na das ist nicht im haus da geht es noch weiter runter da gibt es so viel zu schauen na geht nicht habe ich schon das ist sehr spät schauen wir mal hinten von der hintere wer ist so viel das ist viel ich bin ich bin ich party haben auch oder meinst du mich ich bin ich ich bin ich bin ich bin ich ich bin 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 ich Das heißt, hey, ich komm nimmer weg von da, ich kann das nimmer fallen lassen. Jetzt. Ja, ich will auch was anderes machen. Jetzt, schaut besser aus. Kann man sich das anschauen? Was ist jetzt? Also, ich dachte mal. Schön, oder? Hallo, ich sag mal. Oh, der gibt zu viel zum Aufmachen. Welchen? Was hat der? Warst du noch nicht? Du bist das so gescheiter Hund, ey, ey. Wirklich. Wenn ich... Ah, das ist ja richtig, ey, ey. So weit war ich ja noch nicht einmal. Oh, ich sag mal. Alter. Gehen wir da jetzt runter oder gehen wir da jetzt weiter? Ja, 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 ich mach nur abkürzeln. Ich mach nur auf. Erst der Tag soll's. Ich spiel. Ich spiel mir schon. Ja, bis... Ach, bis zur Stunde machen wir noch. Mach mal voll. Ja, ja, ich mag. Ich bin mir, Alter. Boah, woher ist die Scheiße? Seid da warm jetzt schon, oder? Kann das sein? Ich keine Ahnung, wo ich hänge. Ja, woher ist der Feuerlöscher? Ganz unten. Warte mal. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ich bin da so... Nein, ich glaub, der Sch... Da war ich schon. Jetzt geht's. Wie kann man... Wie kann man das jetzt anzünden? Ah. Ja. Cool. Aber die wärmer mitnehmen, die Kerze. Weil wenn du recht hast... Dann kann man das... Oh, jetzt heißt es Vollzeug angestimmt. Hallo? Ich möchte das da... Nehmen. Und... Verstaunt, genau. Gut, da war ich noch nicht. Weiß ich, der Puppe. Das ist wieder Feuerzeug. Ähm... Ja, kann ich das jetzt da unten nicht zu mir dargeben, endlich? Nee, aber da unten nicht. Warte mal, bewegen. Was hat er? Ja, ich tue schon weiter, Mensch. Ich glaub, die Kerzen sind unendig. Ja. Da geht so viel weiter. Das ist riesig. Ich weiß, aber da hinten war ja auch noch was, oder? Da geht's nicht, Mensch. Ja, jetzt mache ich noch. Jetzt gehen wir halt da weiter. Da wo die Spielzeit liegt, da wohl... Da sind noch zwei, drei Türen. Alter, was ist das? Weißt du, das ist eigenartig ist, Jackson? Du kannst die Gegenstände nicht runternehmen. Ihr kannst trotzdem nicht. Und ich kann nicht länger stehen bleiben. Da kommt was. Ich will das da um. Da war mein Fahrer, wenn Feuerzeug ist, was der... Ich muss weiter. Alter. War ich da schon? Ja, war ich da. Da müssen wir rein. Ich seh gar nichts mehr. Ja, ich will da rein. Das Schlüssel. Sorry. Ja. Da war er durch. Warte. da ist nix da schon aber doch wer kerzen aber es bringt man das ja ich probiere es jetzt aber vielleicht kraftatrophen kette jetzt habe ich jetzt nein der ist so irgendwann sterbe ich heute kommt schon so jetzt haben wir es soll ich noch mal rauf gehen das sind wir ganz am anfang ja kann ich das handelst du nicht nicht dass der stoff der stuhl keine ahnung das verändert sich immer das hause dass möglichkeit da war das nicht hallo na community alter spinnst vielleicht muss ich da wirklich überall kerzen aufstände es ist es ist da bist du behindert bist du dumm ich schaue noch mal runter was ist da kommt jetzt nicht drauf oder kann man drucken ja jetzt ist er weg oder wenn der jetzt mehr hinter mir kommt ich schalte das spiel ab und löscht oder da ist da hinten ab in den keller des am schönsten da war keiner jetzt bin ich wieder im haus darf ein schlüssel ja das ist in ihr garten ja was da muss ja schließlich muss na mia ich werde sie kündigt lehrse da bin ich tot ja was sollten so ein finsternau renner die stellen schlüssel merker das sind kerzen sehr schön da war gerade was zum reinstecken im besten ist überall kerzen aufstellen ja genau versteckt die post überall an schlüssel da habe ich noch einen warte mal bin ein trottel dass sich nicht öffnen der auch nicht ein hinweis das kennt man bekannt vor das ist das ist das ist euch sowas nicht kennen ja genau das ist der nirgendwo das ist sich der richtige zeitpunkt hallo ja ich will dazu machen jetzt ist das was du brauchst wasser ja ja da war darauf komme ich nicht das ist so komisch wenn mich der zu erwischen sollte ist dann naja der singen vielleicht hat den schlüssel eingesteckt ich töte den das ist das ist kann nur neu ich scheiße mich nicht von diana da komme ich mache nicht dann siehst du das und was willst jetzt machen das ist wie das ist wie sich die ort lasst oder der rente dann noch weiter dann ist aus mit mir stimmt auch wieder genau das schon so lange gespielt was ist das ist so schief das ist der donater sagt den weg aber was der wenn ich jetzt wenn der mir nicht den weg anzeigt und ich bin tot dann geschlafen habe ich dir gesagt ich glaubte auch nicht aber ich kann es trotzdem machen wir dann kann ich offen ich bin kein schüsse nicht aufhören du schaust dir gar nicht zu super das hört sich nadine bedankt dich beim dieses und beim jackson wenn ich jetzt aufhören wenn ich jetzt sterbe ok ich mache mir die augen zu und rennen hallo so wenn ich wusste da was ist jetzt verschwommen alles der trottel ist ein trottel wirklich so da geht sie da durch was ist jetzt das ist jetzt ist aus hallo ich sehe nichts mehr alter schwede das ist ja nicht normal warum spiele ich endlich wirklich so was kann man das anders sein dann machen wir dazu ja das will ich auch gott 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 hallo ich mache da zig zu nur eine freude bei seinem spiel ja wenn der weg jetzt nicht stimmt und zu klaus oder was ist das jetzt was nennen sato trottel durch habe meine kerze jetzt nicht gerade gut das wird sicher nicht stimmen lustig sagt ist aber super hier könnte eine glühbirne hinlegen wer sitzt ich kann das wäre seite warum muss ich da ich schon aber ich habe jetzt kein vollzeug dafür charakter meint er glaube ich naja du probleme auf der playstation so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? ein weg finden ist aber ich auch nur andy das mit der kerze wurden dort weiß ich hätte er war ja der typ genau war schüler dass man so spät nur wer zuschaut genau richtig man wenn es jetzt funktioniert ist gut aber wenn es jetzt sind nano misst habe ich ein kleines problem na die tut sie nix an die dass ich jetzt zu stehen nee oder ist es jetzt ganz zeit schon gewesen oder sie mir alle blind ja mit ihr genauer und das und das oben war vielleicht jünger öffnen jetzt suchen wir die dachluke ja schloss schon hat ihn die geht immer zu weiter mit möchte wenn ich dann renn du musst wirklich suchen 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 irgendwann kommst du drauf das ist es ist einfach geduld zwar ja 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 da im kinderzimmer sicher nicht oder in gingern zimmer es war außerhalb glaube ich du kannst du dich nicht mehr zu verknüpfen es ist einfach ich bin da ist es noch nicht gewesen ich bin 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 da war man da war unten kann er nicht sein dass unten ist oder kann das ist unlogisch das am dachboden unten ist und nicht oben da ist der spiegel ich habe schon das ist finster aber ich habe es ich muss jetzt dass da wie komme ich hinter versteht da ich sehe nichts jetzt kann ich siehst du das außer reichwerte aber ich kann das nicht benutzen na jetzt da oder geht da nicht untersuchen kann es bewegen er wohin bewegen ich kann verwenden drücken griff ist so weit weg ich sicher nicht sei da geht nicht dann ist das für die dann ist das für das andere wo ich dann die luke reingeschaut ab kann zu erinnern wo worden das da gibt es eine kammer da habe ich auf da bin ich auf dem stuhl gestanden und dann habe ich das gesehen da wo worden die seite was der sie mann das war so in einer abstellkammer und durch stuhl erwarten also ich habe keine kerzen genau Jackson, siehst du das, was ich sehe? Jetzt geht's, Alter. Ja, und da schreit schon wer. Na ja, schauen wir mal. Der Gegenstand ist aber noch da. Na ja, Mensch, sicher, wir schauen noch ein bisschen herum, da ist ja nix mehr. Oh, ja, da ist was. Da ist noch ein bisschen. Hm. Bist du behindert, Trottel? Da. Oh, Alter. Ja. Ja. Jetzt möchte ich endlich gern aufhören. Mhm. Kann ich aber jetzt reinhauen, oder? Das sind Zahlen. Mhm. Das war's? Ja. Das war's. Ja? Ja? Ja. Ja. Ja, der tut nix. Das ist auch verschlossen. Sie sagten, das ist die Schlüssel in unserem Haus. Das nächste, was wir die sicher Schlüssel finden und alles aufstehen. Okay. Ja. 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 Ich weiß jetzt noch haubert ja. Ja. Juan. Ja. Mys soldiern auf. Ja. Wenn wir da runterfahren Passiert nix. Hörst du was gesehen oder was? Na, ist das dein Ernst? Ja, was soll das bedeuten? Ja, super. Schön, oder? Ja, dann habe ich mich auch. Mhm. Ich kann ja nix eingehen. Ja, da oder in den Kinderbett fehlt ein Teil, ja. Vielleicht ist das hier drinnen und ich... Ich möchte es nicht mehr haben mit Dix. Ja, was... Was ist da, da meinst du? Na, na, da. Ja, und was ist mit dem? Einfach durch Healing, oder das? Wer kommt noch sowas, hier da? Heute, was ist jetzt? Also... Jufu... Was ist das? Dass ich jetzt auch so viele Nachrichten kriege auf... Ding. Und was da? Ja. Ja, ich kann nicht mehr... Die Tür suchen. Oh mein Gott. Ich hab schon gesehen. Ich hab ein paar Videos schon gesehen. na das kann ich nicht jetzt geht die tier zu ist kein immer zurück doch gott näher das haben spät vom pt der dinkes geräusch hallo ok weiss wo oder siehst du das nimmer das ist ich habe einen hunger arzt genau und jetzt das ammer schlüssel das warum nicht warte mal na na warte mal probier da was eine wahnsinnig probieren wir es einmal stdp wie das heißt es verändert sich auch immer wieder der sowieso was erkennt hier Die D ist offen, aber mhm, so wie bei BD, tut's ja nix, ey, verendet's ja nix. Da war ich noch nix. Nein, oder? Jetzt muss ich nur noch suchen, wo der war, der Strom. Jetzt werde ich Hunger an, Alter. Das nächste Speichern, hör mal auf, Alter, das übern Hunger. Es ist nicht schlecht, das Spiel, es ist kein 3 Stunden Spiel oder so, glaub ich. Schau dir das an, kennst du das, kennst du das Bild, von wo, ich mein, das, was ich da zeigte. Und was gesagt, ja, mhm, die Spur zeigt an, hey, da unten brennt jetzt ein Licht, war das ganz unten, ganz unten, den habe ich nicht, nein, 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 da ist der Strom, da brauche ich probieren. Dann. Schau dir die Spur an, Alter, der verfolge ich jetzt mal. Ja, ist nie gut. Für Behinderte. Oh, Alter, na, oder? Ja, da schauen wir, kleine. Jo. Hallo? Hallo? Zappen, klein ins Loch, Alter. Geht doch. Achso, sechs Zuschauer, schön, dass ihr da seid. Ihr könnt mir gerne folgen, ihr seht sehr viele Horrorgames bei mir immer. Das mache ich auch. Ganz sicher. Oh, Alter, das keine, das, nein, nicht das, nicht da jetzt, da bitte. Oh mein Gott. Ihr seid gespeichert, seid gespannt, wie es weitergeht. Hallo? Ja, da gibt's ein Bug bei dem Spiel. Alter, die Fehlermeldung auf der Playstation geht nie mehr weg. Die Anwendung wird in 15 Minuten geschlossen. Mh. Oh, Alter. Surcht sich eine Nase. Liebe Karnung. Sie stecken. Ja, sucht eine Nase. Kann ich nix machen. Was mach ich nix machen? Hä? Da ist ein Spiegelbild von... gewesen. Kann ja auch nicht. Oh. Ich kann ja auch nicht. Söder. Dann... Da kommt nix. Eh, drohtl, welcher Spiel war denn das ich glaube das war noch denn sie da der der da das heißt ich gehe mal den weg nach hinten aber so rückwürzt ja das besser sehe ich was wie wie weit ich noch gehen kann. Hallo? 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 Weißt du, vielleicht dort wo du dich gesehen hab? Na da ist schon auch, dass ich spür's? Hm. na siehst du was man kann rennen oder wo er mit mit l2 ja scheiß dich an da gekommen muss das sein so was ja was da hängt im ok so was gar nicht hallo warum hängsten du da ich jetzt weiter gehen wir noch mal eine runde eigentlich eigentlich könnt ihr alle das spenden oder dafür dass ich das mache da das ist schmerzen das ist schmerzensgeld ich habe gerade so dass ich das so spät das ist schmerzensgeld da ist das kind noch mehr aber ich gehe mal hintere so jetzt alle wieder schnell rente viel schnell aber auch nicht ja das ist pflichter etwas musik das spiel verkauft sich aber auch dann besser wenn es beides geht dann so wie das andere spiel da weiß ich ob es dabei wird aber komisch dass es nicht geht ich gehe mal auf der ich gehe mal nach links vielleicht gibt es verändert sich das das ist auch so ähnlich das ist immer noch das gleiche hallo na jetzt ist weg Mein Nachbar, Alter. Ich kann nicht mehr. Alter, ich höre jetzt auf, wenn ich speichere, das ist, ich kann nicht mehr. Alter, jetzt hat es gespeichert, ich weiß. Sorry, aber erstens bin ich hungrig und müde. Alter Schwede. Ich boxe gerade Uhr nicht, Alter. So, mir wäre ein Speichertater. Nochmal speichern zur Sicherheit. Alter. Wie tut man denn das Spiel unterbrechen? Alter. Wie schon Feierabend? Ey, was? Achso, das kann man so machen, okay? Hörlol. So, Leute, seid gespannt, wie es weitergeht. Und alle, die, was mir noch nicht folgen, folgt mir auf Twitch. Morgen geht es weiter. Geht du schon. Vielen Dank.